So Leute, ich bin jetzt hier mit Cino, Clevo Fit und wir haben vorhin ein F***ing-Shooting gehabt. Und jetzt über Training. War das jetzt die zweite Übung? Andere Presse? Andere Presse. Ich bin schon K.O. Mann. Erste Übung. Erst K.O. Die Treffer war eine Knie zu spät! Also, das war das Knie zu spät! So ist das Knie zu spät! Der Knie zu spät! So Leute, die dritte Übung. Durch die Hände der Schulter, vorgebeugtes Side heben, an der Maschine. Vorbeugen und hochheben. So Leute, die vierte Übung. Ich bin kaputt. Die erste Übung, Gino. Butterfly Reverse an der Maschine. Also wir greifen über Kreuz, setzen wir uns hin, leicht nach vorne beugen und aufmachen. Wenn es schwer wird, ausatmen. So Leute, die vierte Übung, aufsatmen! So Leute, 6 Hübeln, Trizeps drücken, mit der SZ-Stange hinter dem Kopf. Das schaut euch diese Arme an. Das war's für heute. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau. So Leute, die vierte Übung, Butterfly Reverse an der Maschine.